ich hoffe ich habe mich jetzt nirgends ausgesperrt das wäre jetzt doof gehen wir erst hier lang und dann da hoch und dann machen wir mit der hauptquests weiter schriftrollen über burg zwielicht ich soll mal raten wer wird wieder einbrechen braucht dafür erstmal pläne die am besten reinkommen so zweite schriftrolle auch hier ist mal was drin sind alles kurz noch in ordnung aus hier tun sie wir haben mehr als genug materialien so hier sind hier noch drei bücherregale die chance dass da alle schriftrollen drin werden ist null also mache ich sie gleich mal kaputt aber auch hier war nichts drin neue rune das ist wieder gut hier ist das letzte bücherregal für den farbcode durchsuche die bücherregale ok der eckraum ist da unten das heißt ich porte immer alles was ich habe hierhin obwohl was macht die aggressivität die sie nicht so gut aus deswegen schnappe ich mir mal alle alle die ich habe und schicke sie dahin porte ball davor und alle trupps mal hierhin ja ich muss sagen die verlieren arg schnell aggressivität so dann probiere ich die erst mal wieder voll und noch ein trupp fehlt jetzt kann ich alle hier rein porten trupp zwei fehlt so und jetzt können wir den eckraum aufsuchen erst mal hier ist eine truhe truhe lasse ich mir nicht hingehen neue rune sehr schön da bin ich gerade irgendwo über die tür drüber gefahren ach so über die da oben wahrscheinlich okay erst mal die kgd agenten jetzt brauche ich nur ball also ich brauche gelb wie die sonne nein blatt brauche ich nicht und ich gebe hier die befehle also schön bedanken es ist gelb wie die sonne oder orange wie der stern nein das war gelb wie die sonne es gibt also hier nur drei farben wir hatten ja in dem taurusgebiet in der taurusmission damals mehrere farben nehmen die weltvernichtungsmaschine so ah ah there you have it do you think velvet should contact that darling elf lady or should he keep the device for himself to be honest velvet doesn't know her very well she might very well be setting you up to gain favors with the sovereign and anyway you wouldn't want the device of doom ending up with the wrong hands oh velvet feels the angst of decision it's probably best that you design hell child should you want to give it away meet the firewoman at the entrance to the room if not just ignore her die ist eine elfin die wird wahrscheinlich nichts böses mit der maschine anfangen aber samt ist samt und samt ist ein bisschen schräg also ja ich glaube jetzt bei samt ist das ich bin jetzt aufgehoben jo äh sehr schön truppen ja wir haben es auf jeden fall drauf und sagen wir es mal so die seelenlosen truppen sehen schon ein bisschen böse aus aber ich finde zur empire passen dann doch mehr teufelseinheiten vor allem finde ich manche einheiten von denen ein bisschen zu groß und sie verkannten sich zu oft äh squad 1 so viel haben wir nicht mehr wir haben immer noch kgd ergänzen äh schriftrolle ja gucken wir uns dann mal die untere ecke an und dann bleiben nur noch die beiden hier äh ball kommt nicht an die schriftrolle deswegen läuft er irgendwo hin ne er läuft nirgends hin ok er hat die schriftrolle doch gekriegt ah was ist das für ein raum das sieht fast aus wie eine art boss kampfraum ja das ist ein boss kampfraum was sagen die truppen die truppen sagen meh 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 wir sind alle noch level 2 hier unten doof ich glaube wenn das wirklich boss fight raum ist dann sollte ich vorher nochmal meine bootsteiger meine aggressivität so gut sammeln mal auf ball und dann holen wir uns noch die letzte schriftrolle hier oben und dann haben wir auf den anführer drauf wahrscheinlich sie werden den ja nicht sonst erwähnt haben dass der kgb von jemandem angeführt wird wassup wassup oh darn the files you collected are encrypted they are made out to look like cheesy love letters wedding invitations and divorce settlements Felix Benaparte probably has the encryption key on his person why don't you make him pay for the unjust ways of his life and while you're at it lift what we need from his corpse joe können wir machen aber wie gesagt erst einmal brauchen alle aggressivität und die musik ist etwas zu laut gerade die hat sogar samt etwas übertönt obwohl die musik schon ziemlich leise eingestellt ist eigentlich die stimmlaut stärker auf maximum so aber es muss ja natürlich mal wieder mal dramatische action musik kommen und ich hatte recht das ist ein boss fight raum adabra kadabra vernichtungsmaschine führt zu einer explosiv die all den einheiten im gebiet schadenspunkte zufügt auch befreundeten einheiten mit vernichtungsmaschine ja die durften wir behalten tatsache gut moschzeit würde ich mal sagen alle trupps und 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 ist das dein ernst das muss ich hier überall streng fallen erst zerstören au ok das kann doch weh tun so jetzt hoffen wir mal dass wir den irgendwie besiegen ich werfe meine haltung sauber ein sicherheitshalber und und er fiert alle fiert alle in die sprengfässer aua wo ist dieser bastard oder nein er ist fast tot ok er hat mich aber ein paar einheiten gekostet und You are the world's foremost dispenser of justice. Velvet has more than he needs to proceed. Nice. And what's the frosting on the carcass? Velvet's minions have collected scraps of parchment that make Velvet happy. Most of it was junk, but not all of it. For instance, Velvet has read about a fascinating woman called Sheila Sowerman and a conspiracy against the Sovereign being plotted by the magicians you killed in Mayhew. But best of all, this friend of yours, Skirazia. She's being hunted by KBI agents, though they haven't been heard from in a while. You must introduce us. Perhaps she wants to help us save the world. You think? I'm not so sure about that. We are going to go to the last mission. We are going to go to the last mission. königlichen arsch auf den trumpferburg zwielicht bei bereits sitzt das heißt es geht gegen den souverän den souverän aber das ist dann ein fall für die nächste folge ich mache jetzt hier erst mal wieder ein cut würde ich sagen und dann gehen wir in der nächsten folge ins große finale der samt kampagne bzw ist ja nur der vierte akt mitsamt und dann schauen wir uns noch mal den vierten akt mit oscar an vorher werde ich aber noch mal mission genau zwei wiederholen um die eine neben quest abzuschließen weil das geht ja gar nicht dass das so blöd gelaufen ist und ich muss auch noch mal irgendeine mission hier machen richter kapitel 2 hatte fünf mission merke ich gerade genau kapitel 2 akt 4 diese mission hier es sieht eigentlich noch so aus als ob es hier weiter geht weil hier haben wir hatten wir haben wir noch keine levels aber eigentlich gesetzesbrecher das müsste die letzte mission sein weil wenn wir jetzt hier gegen den souverän antreten ja mal sehen ansonsten ja das hier war blöd da ist bald dreimal gestorben sonst ist er uns kein einziges mal krepiert mal sehen ob ich die mission wieder gut machen kann also die beiden missionen werde ich auf screen noch mal machen genauso wie die mission hier aber erst nachdem wir die welt kampagne abgeschlossen haben die samt kampagne ja aber bis dahin erst einmal ein cut und dann sehen wir uns gleich wieder